Hallo ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Heute nur ganz kurz, es gibt hier eine kleine Neuerung auf dem Kanal. Eigentlich nicht auf diesem Kanal, auf dem Kanal bleibt alles wie es ist. Auf dem Kanal gibt es weiter Reviews, Technik, E-Biken, Elektromobilität, Balkonkraftwerke, Lego, Messer, Äxte, was auch immer mir an Technik zwischen die Finger kommt, Luftpumpen, werde ich euch hier vorstellen und ab und zu gibt es auch mal ein kleines Erklärvideo, wie funktioniert denn so ein Stromzähler oder sowas in der Art. Ich habe aber immer mal wieder auch das Bedürfnis so Vlogs zu machen, da geht es jetzt eher mal um mich, um mein Leben, was so passiert in meinem Leben und ein paar Leute finden das interessant, manche sind aber doch eher interessiert an der Technik und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das einfach mal teile. Also es gibt jetzt neu einen kleinen Vlog-Kanal, den Link mache ich euch unten in die Videobeschreibung rein und dann würde ich mich freuen, wenn ihr da, wenn es euch interessiert, ein Abo da lässt. Und in welchen Sinne würde ich mich auch schon von euch verabschieden und sage, ciao, euer Kerstin.